Das sind also die Pflanzen. Das sind die größten Exemplare, die ich habe. Ich habe ungefähr sechs oder sieben Pflanzen. Aber die haben sich am besten entwickelt an der Hauswand. In einem Pflanzdruck auf 1,70 Meter gewachsen. Doch, durchaus schöne Blätter entwickelt, große. Das ist Börli oder Rotfront. Das kann ich jetzt nicht sagen. Hier seht ihr den Blütenstand. Und mit dem Samen, interessant auch, dass die Wespen auf die Blüten gehen, wie die Bienen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal beobachtet. Und mit dem Saatgut, den man draus gewinnen könnte, könnte man einen ganzen Acker voll anbauen. Hier noch eine kleine Fleißarbeit. Die ist heute noch fertig geworden. Mein Mülltonnenhäuschen. Das habe ich mit zwei alten Halimotiven bemalt. Und lackiert. Wetterfest mit Acrylautolack. Das hat sich mit zwei Mal beobachtet. Das ist heute noch der Becca schnapp.